Vor allem an Laptops kann man heutzutage oft nur noch einen externen Bildschirm anschließen und die Anschlüsse sind generell eher sparsam bestückt. Adapter von USB auf HDMI oder auch DisplayPort versprechen hier einfach und günstig Abhilfe. Ein freier USB 3.0a Anschluss genügt, um einen zusätzlichen Bildschirm anzuschließen. Das klingt gut, aber hier gibt es in der Praxis doch einige Fallstricke. Welche das sind und auch welche Alternativen es gibt, das erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Egal ob man eine Ausarbeitung schreibt, Software entwickelt, eine Präsentation vorbereitet oder andere Bürotätigkeiten nachgeht, mehrere Bildschirme können viele Aufgaben deutlich erleichtern. Man kann mehrere Inhalte gleichzeitig anzeigen und muss eben nicht ständig zwischen verschiedenen Programmen hin und her wechseln. Gerade bei Laptops empfehlen sich externe Eingabegeräte nicht nur wegen dem Platz, sondern auch wegen der Ergonomie. Ich habe daher nach ein paar in Anführungsstrichen USB-Grafikkarten geschaut. Das sind Adapter, mit denen man einen Bildschirm an einem USB-Port anschließen kann. Die gibt es ab ungefähr 10 Euro. Ich habe mich für dieses Modell hier entschieden, das ist derzeit für 16,99 Euro erhältlich. Es gibt auch noch etwas günstigere, die jedoch wegen einigen schlechten Bewertungen fragwürdig erscheinen oder aber durch veraltete Technologie, zum Beispiel einem VGA-Ausgang, nicht mehr zeitgemäß sind. Außerdem muss das zwingend ein USB-3.0a-Anschluss sein, also der klassische USB-Anschluss, nicht der neuere Typ C, dazu noch später mehr. Die erste Einschränkung ist in der Anzahl unterstützter Betriebssysteme. Da die klassische USB-Typ-A-Buchse keine Grafik-Signale übertragen kann oder eben nicht dafür ausgelegt wurde, ist ein spezieller Treiber notwendig, der das sozusagen nachrüstet. Dieser befindet sich auf einem kleinen Flash-Speicher des Adapters und ist je nach Adapter nur für Windows verfügbar. Teilweise wird auch noch macOS unterstützt, aber Linux und damit auch Chromebooks sowie die Sticks für den Fernseher, also als Beispiel den Amazon Fire Stick, sind damit meist außen vor. Full HD, also 1080p, ist seit längerer Zeit die dominierende Bildschirmauflösung, aber das wird zunehmend von den neueren Auflösungen wie WQHD oder 4K abgelöst. Für Full HD braucht ihr eine USB 3.0-Buchse. Darauf solltet ihr gerade bei älteren Geräten achten, die auch noch USB 2.0-Schnittstellen besitzen. Mehr wie Full HD ist aber mit USB Typ A leider nicht drin. Alle höheren Auflösungen sind nur über USB Typ C möglich. Dafür sind diese Adapter, also von USB Typ C auf zum Beispiel HDMI, etwas teurer und ihr braucht unbedingt einen freien Anschluss am Gerät. Das klingt banal, aber einige Notebooks haben immer noch nur eine USB Typ C Buchse, die zudem auch für die Stromversorgung, also zum Laden des Akkus genutzt wird. Hier ist es ohne weiteres also nicht möglich, einen Bildschirm dauerhaft anzuschließen. Abgesehen davon ist USB Typ C mit dem Displayport Alternativmodus für die Bildübertragung vorgesehen. Beim direkten Anschluss sind also keine Treiber notwendig. Aber gerade bei USB Typ C ist Vorsicht geboten. Nur weil ihr im besten Fall zwei Anschlüsse habt, heißt es nicht, dass die alle für einen Bildschirm geeignet sind. Informationen liefern die Symbole neben den Anschlüssen oder am besten einen Blick in die technischen Daten, wo dann dokumentiert ist, welchen Anschluss man wofür nutzen kann. Für Computerspiele sollte man solche Adapter nicht unbedingt verwenden. Der Hersteller selbst dreht davon ab, weil es zum Einbruch der Bildfrequenz, also sogenannten Frame-Jobs, kommen kann. Er empfiehlt ihn eher für Büro- und Design-Tätigkeiten. Auch als Statusbildschirm soll er tauglich sein. Doch auch da kann das für Geräte problematisch werden, die euch nicht gehören. Habt ihr zum Beispiel von eurem Chef für Homeoffice oder mobiles Arbeiten einen Laptop oder Computer zur Verfügung gestellt bekommen, dann gibt es oft eine Klausel im Arbeitsvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, die das Anschließen von externer Hardware, die nicht vom eigenen Unternehmen stammt, verbietet. Damit soll verhindert werden, dass Windows über angeschlossene USB-Sticks mit Schadsoftware infiziert wird oder aber auch interne Daten vom Unternehmen abfließen. Da der Adapter aber technisch eine Art kleinen USB-Stick eingebaut hat, um da den Treiber drauf zu speichern, könnte schon das Anschließen als Verstoß gewertet werden. Manche Unternehmen überwachen das zudem, sodass schon das Anschließen eines solchen Gerätes möglicherweise bereits eine Meldung erzeugt, die dazu führt, dass ihr von eurem Vorgesetzten oder jemandem aus der Sicherheitsabteilung mit dem Thema konfrontiert werdet. Selbst wenn das nicht der Fall ist, setzen viele auf Antiviren-Scanner. Die können entweder das Gerät oder auch den Treiber darauf als verdächtig erkennen, wodurch ebenfalls eine Meldung ausgelöst werden kann. Selbst wenn das alles nicht zutrifft, fehlen normalen Benutzern auch auf die Rechte, um solche Treiber zu installieren. Auf eigene Faust solche Adapter auf Unternehmensgeräten einzusetzen, davon würde ich also abraten. Wenn ihr so etwas vorhabt, dann kontaktiert in dem Fall euren Vorgesetzten oder gleich die IT-Abteilung und lasst euch dafür schriftlich ein Erlaubnis ausstellen. Im klassischen Desktop-PC kann man sich als Alternative einfach eine zweite Grafikkarte einbauen oder die vorhandene aufrüsten. Mit jeder Karte lassen sich mindestens zwei bis drei Bildschirme ansteuern. Bei Notebooks ist das nicht möglich, wenn dort die USB-Typ-A-Adapter sowie die USB-Typ-C-Schnittstellen aus den genannten Gründen nicht in Frage kommen, dann bleibt nur noch eine Dockingstation. Sie hat den Vorteil, dass man noch zusätzliche Anschlüsse bekommt, wie zum Beispiel mehr USB-Buchsen. Außerdem werden all diese Geräte, zum Beispiel Bildschirme, Tastatur, Maus, Drucker und so weiter, über ein einziges Kabel mit dem Laptop verbunden. Wenn man also den Laptop zum Beispiel mitnehmen möchte, muss man nur dieses eine Kabel abstecken und später wieder anstecken, statt eben zig verschiedene. Dafür sind Dockingstations deutlich teurer als diese Adapter, die ich hier gezeigt habe. Teilweise sind auch hier Treiber notwendig. Im optimalsten Falle stellt euch die IT-Abteilung des Betriebes eine Zurverfügung, die offiziell unterstützt wird. Falls der Betrieb dann nicht mitspielen sollte, dann empfiehlt es sich auch hier vorher von der zustelligen Stelle, sich schriftlich ein OK zu holen, um auf der sicheren Seite zu sein. Was denkt ihr über solche USB-HDMI-Adapter? Schreibt es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.